meine leute seppeln hier heute geht es um was ich persönlich ziemlich scheiße finde und zwar dieser random hd xd humor der immer wieder zurück nach youtube deutschland kommt und nicht persönlich einfach so hart abfuckt da er einfach nur dieses random sein ist echt witzig was kleine kinder vielleicht ganz schön finden oder witzig oder humorvoll ist für mich der krebs von youtube neben körper aber ja es ist einfach wirklich das schlimmste was youtube jemals passiert ist es ist einfach nur cringe unangenehm und ich hasse es es ist wirklich schlimm es ist verdammt schlimm geworden wie sich das ganze entwickelt hat 2016 war damals die hochzeit von dem ist aber jetzt kommt es einfach so hart wieder zurück und ich bin einfach nur verwirrt was zum fick warum kommt es immer wieder zurück das ist für mich so ein bummer rang der aber immer wieder zurück kommt egal was man macht du kannst ihn wegschmeißen wie du willst naja es ist halt wirklich einfach unlustig klar es ist an kleine kinder gerichtet aber trotzdem ist dieser humor halt unschön und somit kommen so mit solchen humor kommen irgendwelche leute auf die fucking trending page und kriegen einen haufen geld durch werbung durch werbeinnahmen durch werbung und shit was halt wirklich so kontraproduktiv erf ist also ich wollte mich lieber umbringen als ich irgendwie so einen dreckshumor hätte weil das wäre ja witzig naja was auch immer das video ist jetzt wirklich einfach nur kurz aber ich wollte es ansprechen das ist ein hoffen scheiße bringt euch um bleibt toxisch und nicht vergessen deabonnieren desliken entbimmelt die glocke und runter von meinem rasen